Sehr schön gespielt. Hin und wieder auch mal einen Slice eingestreut, Tim Fischer sehr gut variiert und dann die starke Vorhand, Inside-Out gesetzt, genau auf die Linie. Nichts zu machen für Thomas Davcic, Vorteil rück. Und das Break holt er sich. Sehr schön. Vielen Dank. Und das macht er sehr konsequent. Vielen Dank. Und auch den trifft er. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.